Wie würdest du mir denn kommen? Du konntest dich nicht wehren mit deinem kleinen Flatter-Ding. Ich hab die Schnelle, ich hab die Jagdmaschine. Wo bist du? Wackelt das Ding. Ich seh dich überhaupt nicht. Ah doch da. Wackelst du so rum? Ich seh dich auch nicht mehr. Fiegt die ganze Zeit nur im Kreis. Ah da. Ah jetzt. Mein Angeklug hat dich weggesprengt. Ich hab ein tolles neues Auto. Noch ein Boots Alert? Besser. Ich werde immer noch nicht verstehen, was das damals für ein Event war, wo hier diese ganzen Autos waren. Stimmt, ja. Sehr abgespaced. Teidreiseautos da. Hässliger Trecker. Das ist der Landwirtschaftssimulator? Alter, das ist ein Kampffeli. Alter, das ist ein Kampffeli. Das ist ein Kampffeli. Ja, dann lass mich dich mitnehmen, warte. Ist das jetzt so auf Augenhöhe? Ja, da musst du ja nur noch einhaken eigentlich, oder? Ja, wie? Alter! Alter! Bleib mal so, bleib mal so. Alter, ich bin dran. Alter geil! Oh, das kommt gar nicht hoch, das Ding. Oh Gott, du wackelst. Ist so fett. Fett kommt jetzt nicht weg, oder was? Alter, ich baumel hier unten rum, ey. Alter, Hilfe! Hilfe! Nein, 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 nicht explodieren. Wir brauchen das Ding noch. Wir brauchen das Ding noch. Ich kann nicht weg, ich kann nicht mehr hoch. Dann dropp mich irgendwie mal. Dann stellen wir dich erst mal... Ja, jetzt bin ich weg. Okay, ich hole ein leichteres Auto, oder? Fick dir weg. Jetzt probierst du nochmal. Ja, hängt. Ja, der wackelt immer so. Ja, weil ich den kriege ich hoch. Yeah! Wuhuu! Alter, was? Ich wollte nur grad wissen, ob ich den Haken mal ein wenig weiter runter machen kann. Alter, wie ich hier rundbauen. Ich mach mal Ego-Perspektive. Alter, der wird einfach schlecht! Wuhuu! Schaffst du es mich in die Stadt zu bringen, oder? Ich versuch's gerade. Dann fliegst du so weit hoch, wie es geht. Das ist so geil. Pass. Er hockt im Auto und nickt zur Musik mit. Oh, ja. Gute Idee, Musik. Die ganze Nacht lang hast du mich hier hoch verflachtet. Das ist auch Arschladen, ey. Okay. Ja, flieg halt nochmal ein wenig vor. Ich hab nämlich das Gefühl, ich lande da irgendwo in der Pampa. Ich schleudere dich ja auch ordentlich. Oh, so schluss. Und dann lass ich dich los und dann fliegst du schon in die Richtung, so wusch. Okay, Alter. Das könnte nur schwer werden, ne? Nicht, dass es ein falsches Moment ist. Ich probiere es mal. Okay. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Alter, jetzt ruft mich der Simeon an, oder was? Hallo Simeon! Ich hab dich nicht vergessen, Simeon. Oh, 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 oh und ich hab grad so tun, Alter, was? Alter, das schaut schon sehr episch aus, wenn man das so langsam sich dreht und runterfällt. Ach stimmt, ich kann ja das Auto stabilisieren. Jetzt lehnen wir mal das Auto, mal ein bisschen nach vorne und mal den Köpfer machen. Alter, scheiße! Wie soll ich denn landen, Mann? Oh, da ist ein Pool. Oh, 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 oh. Alter, ich leb. Echt? Ich bin hier auf dem Dach gelandet. Perfekt auf dem Dach bei so einem Parkplatz und jetzt kann ich hier einfach raus fahren und weiter fahren. Ich habe ein komplettes Auto zermatscht. Also es ist jetzt schön tiefer gelegt. Oh fuck, oh fuck. Das ist natürlich jetzt schief gegangen. Aber geil, ich habe auch erwartet, dass in dem Moment, wo ich aufgeprallt bin, dass ich explodiere. Aber ich bin perfekt hier auf so einem Parkingslot gelandet. Oh, das ist ein Auto, das wir hier haben. Au. Wie viele Leute fahren mich denn heute wieder an? Vorne kommen sie eh nicht weiter wegen dem Helikopter. Liegt der da noch oder was? So, ihr altes Tod. Kannst dir ja ein Traumauto holen. Hä? Hä? Was? Ich habe die erschossen ohne Schaß. Ich habe die erschossen. Ich habe die in den Kopf geschossen. Hä? What the fuck? Wie unsterblich oder was? Hä? Jetzt ist das Auto auf einmal da vorne. Ja und hier steht es und sie liegt tot drin. Was ist denn los? Bist du bereit für das ultimative Car Battle? Na wohl. Dein Auto stirbt zuerst. Ich sage es ja. Ich hole mal ein bisschen Speed und dann schwirren wir mal gegeneinander. Ey, was? Bin noch nicht immer losgefahren, Mann. Alter. What the fuck? Okay. Wie zur Hölle war das denn jetzt gerade möglich? Aber das soll uns schon mal runterfahren. Schaut auch gut an den Car Battle aus. Du darfst mich aber aus der Luft schießen, wenn du schaffst. Okay. Ja, toll. Das ist ja zu einfach. Ich muss erst mal gucken, wo die genau ist. Ah, okay. Ja. Weil es sieht mir erst nach so einer Fahrrad-Schanze aus, ne? Okay. Ja, vielleicht bricht es ja ein, wenn du drüber fährst. Ich glaube einfach, ich brech ein. Oh fuck. Das Auto ist scheiße. Ich brauche ein anderes. Wo ist denn dein? Ja, also. Ich schaffe es ja nicht mehr ins Wasser, ey. Wie kann ich mich nicht drehen? Ich helfe gleich nach. Warte. Nehme anlaufen und ran dich raus. Ja, mach mal wie schnell, bevor er aktiviert. Ich ertrink. Oh fuck. Oh nein, das ist die falsche Seite. Hahahaha. Harte, hier guck mal, hier sind zwei Minis. Dann nehmen wir doch einfach die. Ja eben. Dann gehst du den blauen oder den roten oder den grünen? Ich nehme den blauen. Was ist das für eine Frage? Aber in die Car Battle Arena. Ui. Oh, fast fertig geschafft. Was? Fuck. Ähm. So, jetzt komm mal runter in die Arena und sterb nicht dabei. Yes. Aber ich nehme jetzt auch nochmal die Schanze. Mal schauen, ob ich auch in die Luft fliege. Jetzt liegt natürlich der Torso von deinem Mini davor. Hier in der Arena rum. Hä? Halt echt. Bist du auch gestorben, oder? Ja. Wie du getartet? Ich benutze die gefährliche Tote Schanze nicht mehr, ey. Ich hab mich extra jetzt mal so gedreht, dass ich auf dem Dach lande und bin einfach explodiert. Wo bist du? Ach hier. Ja. So ein bisschen verfälschtes KWD. Aber wir haben ja die Rechte. Hier mehr sowieso. Alter. scheiß licht über am arsch das sagt alle scheiße das ding ist eh sobald einer von uns explodiert jetzt wieder haben wir auch nein ein auto gibt nach doch nicht das ist ja so gut geht alter nein kommst du da noch raus ich glaub schon alter nein ich muss noch weg explodiert ist keine ahnung eigentlich hättest du ich muss mich hier noch mal rein alter das fackelt ja nicht hallo vielleicht kann ich dich ans wasser schieben und ihr so mit deinem leben oder machen ich habe mich ein bisschen angeschoben ich kann nicht mehr fahren ich kann nicht mehr fahren ja das war es das bescheuert ist dass die Karre einfach nicht mehr mitmacht oder was ab ja ja Ha, 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 ha.